So, jetzt sind wir hier im Flugzeug. Das Flugzeug ist Baujahr 56, also 20 Varianteinsicht. Das ist lustig. Wir kämpfen da nochmal ins Fahrershoot, also Schweißschirm springen. Hier ist mein... Haha, dann jetzt schlafen. Das heißt, das Flugzeug geht, was wir jetzt sagen. Jetzt hat er schon abgerufen. Na ja, hoch geht's schon mal. Und dann... Na ja, und jetzt werden wir gleich runter springen, so in 10 Minuten. Ich freu mich dann. Ich schicke euch Videos. Ciao!